ja moin moin und mittel meine lieben freunde heute ist ja richtig viel passiert bevor ich jetzt zum eigentlichen thema komme wollte ich noch mal kurz auf den vor blut zu sprechen kommen ich habe ja ein rest in peace video gemacht mit dem titel abgeschleppt und nicht mehr fahrbereit fragezeichen jetzt habe ich an einigen stellen mir aber schon anhören müssen dass ich ja noch gar nicht weiß was mit dem auto genau ist und warum ich sowas schon behaupte ich wollte jetzt hier nur einmal darauf noch mal hinweisen ich habe es ja extra mit einem fragezeichen geschrieben ich weiß natürlich im moment auch nur das was durch die sozialen medien geistert und habe keine ahnung ob der wirklich nun ein totalschaden hat oder abgeschleppt worden ist weil rainer keinen schein mehr hat oder weil der hotelbesitzer einfach die schnauze voll hatte und rainer abgehauen ist oder 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 es gibt ja ganz viele theorien und möglichkeiten und ich weiß dann natürlich auch nicht mehr ich kann im moment nur sagen dass reiners fort nun auf dem abschleppplatz steht und er nicht dahin gefahren ist und daher abgeschleppt wurde alles weitere werden wir bestimmt in den nächsten tagen mitbekommen also lasst uns einfach mal schauen wann rainer sich zu wort melden wird und einen brüllheulen stream veranstalten wird okay aber nun zum eigentlichen thema was ich mit euch besprechen wollte wie ihr wisst habe ich vor einiger zeit ein twitch kanal eröffnet und nun bin ich gerade dabei ein paar overlays zu machen und ich würde nur gerne mal wissen was ihr dort gerne sehen möchtet ich werde gleich mal eine umfrage im community bereich eröffnen wo ich euch bitten möchte mit abzustimmen oder andere vorschläge mit einzubringen ein paar sachen habe ich beziehungsweise mehrere von uns kritikern schon geplant und die will ich euch nun einmal kurz vorstellen damit ihr wisst was euch da erwarten wird wenn von diesen themen eins besonders viele stimmen bekommt werde ich beziehungsweise wir das natürlich versuchen als erstes anzugehen natürlich gibt es jetzt erstmal die beiden klassiker da sind einmal die laber streams die ich mit euch natürlich machen kann um ein bisschen zu quatschen und uns auszutauschen ich habe von einigen auch auf twitter schon gehört dass sie gerne mal sowas machen möchten weil die kommunikation hier ja doch recht einseitig erfolgt auch wenn ich natürlich versuche auf die meisten kommentare einzugehen dann können wir natürlich auch mal live reactions machen von neuen videos oder aber auch von klassikern die ihr gerne mal wieder anschauen möchtet falls sowas euer favorit ist schreibt aber auch bitte dazu welches video ihr dann gerne mal sehen würde falls es ein klassiker sein sollte dann zeige ich euch als dritten vorschlag mal mein rimworld projekt was ich gerne mal für euch streamen möchte hier habe ich mir eine kleine kolonie erstellt aus zwei personen falls euch diese personen bekannt vorkommen diese sind natürlich nur fantasie charaktere und ähnlichkeiten zur realen person sind immer rein zufällig reini und moni sind zusammen mit fährt blue auf einem planeten abgestürzt und müssen sich nun eine neue heimat aufbauen für jeden der rimworld kennt weiß dass es sich hier um eine koloniesimulation handelt ich lasse im hintergrund auch einige videos laufen damit diejenigen die es nicht kennen mal einen einblick haben ich zeige euch dann auch mal die beiden hauptprotagonisten zum einen moni die suchtberaterin die immer noch von drogen fasziniert ist und schon immer eine schnocher vergangenheit besaß und den reini den kränklichen lügner der als hässlicher geschichtenerzähler und psychopath im spiel vertreten ist wie gesagt ähnlichkeiten mit realen personen sind rein zufällig außerdem hat reini auch ein paar gesundheitliche einschränkungen zum einen die wirbelsäule die nicht mehr so mitmacht und dann hat der reini noch eine explosionsnarbe am arm da muss wohl irgendwas mal vorgefallen sein ich würde gerne mal im stream mit euch das anzocken ob reini und moni und fährt blue überleben können oder ob die gegnerischen fraktionen dorians bande rbs ultras oder die pi neustadt sie unterwerfen können und falls die frage aufkommt natürlich ist die vorherrschende religion die des heiligen ofen käses also stimmt gerne mal in der umfrage im community post ab ob euch sowas generell interessiert dann haben wir noch zwei weitere spiele geplant die wir gerne mal mit anderen hatern zusammen anzocken möchten einmal civilisation wahrscheinlich wäre es dann civ 5 weil das am meisten von uns haben habt ihr mal lust einen epischen abend wo ich meine missionare zum arnie dagger und zur annette mulle schicke um die zum heiligen ofenkäse zu konvertieren dann gerne mal dafür abstimmen zum anderen haben wir auch vor among us zu spielen der klassiker der einfach immer noch super viel spaß macht und auch immer noch viel gezockt wird das ist einfach ein cooles spiel und viele von uns spielen das im moment selber noch von daher wäre es auch mal cool glaube ich das zu streamen diese fünf vorschläge gebe ich euch nun erstmal mit an die hand und ihr könnt ihr abstimmen ob euch eines davon zusagt oder ob ihr lieber etwas anderes favorisiert auf twitch was sie dann gerne in die kommentare hier oder unter den community post mit der abstimmung schreiben dürft ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr da mit macht bis dahin sage ich erstmal vielen dank fürs abstimmen und meddl auf meine freunde und